So, dann können wir direkt loslegen. Endlich der vierte Mann im Bundet. Sehr gut. Klaus, endlich ein vierter. Jawoll. Ich würde dann auch sagen, ich renne direkt auf den Boss zu, ziehe die Aggro. Ihr zwei kümmert euch bitte um die Putt. Die kommt gleich von links eine, von der rechts eine. Jeder nimmt sie eine. Nehme ich die rechte. Dann nehme ich die linke. Jo, und passt bitte auf, dass der Tank die Aggro hält. Denn sobald der Boss heal Aggro bekommt, bin ich direkt One-Hit weg. Okay, ja. Dann können wir direkt loslegen. Jo. So, Klaus, mal nicht so weit nach links, bitte. Das ist zu weit. Klaus ist zu weit. Äh, die Voidze aus. Ich hab Heal Aggro. Ich hab Heal Aggro. Ich bin gleich down. Leute, ich bin auch gleich weg. Klaus, verdammt. Ich bin weg. Klaus, wo ist das Problem? Auf die Voidze uns aufpassen. Du bist direkt down. Der kriegt doch Heal Aggro. Was soll der Scheiß? Ich sag's doch gerade noch. Wann? Warte, Jungs. Ich glaube, der Mann kann kein MMO. Wie? Du kannst kein MMO? Das haben wir all die Jahre nicht gemerkt. Da müssen wir was machen. Über 85 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig MMO. Warb dich nicht ab. Lern reden und grinden.